so hallo wir machen weiter bei kirby und das vergessene land wir sind nachdem wir letztes mal kolosseum und so weiter gemacht haben und das richtig geniale metanide schwert bekommen haben holy shit ich liebe es sind wir jetzt in welt 4 zurück in level 2 bahnhof auf eis wir schnetzeln uns einfach mit dem schwert da jetzt so was von durch außer ich brauche eine spezielle fähigkeit dann natürlich nicht wie viel wurde diese eigentlich vier ok oder schläft zu einer das schlafen auch nicht fähigkeiten ja genau genau die hatten wir nämlich noch nicht die fähigkeit beste fähigkeit auf jeden fall im spiel so brauche ich dich kommst du wieder ok perfekt er sieht wirklich aus wie eine u-bahn oh lol ich habe mit dem teleport nicht gerechnet ok da will ich nicht runterfallen nehme ich an oh die ist einfach ins eis gefallen armes ding ich muss schön aufpassen meine energie zu behalten dass wir den mondschuss die ganze zeit haben das ist da drüben irgendwas spezielles ne ne warum konnte man hier hin so war das einfach so für das essen ok kann es sein ja wohl geht es hier weiter nein ok aber da sehe ich was der turm ist bestimmt irgendwas relevantes hier erstmal machst du den abflug auf riesige bomben auf mich zu werfen scheiße ja das ist soviel zu meiner energie dann auch ist es nur dafür ok ist nur dafür na gut tschüss 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 Ich wette, irgendeine Mission ist dann Erledige einfach alles mit Kugelblitz oder so Und ich mach's jetzt nicht, weil ich doof bin Oder mach die Arena mit Kugelblitz Oh, scheiße, das ist bestimmt die Mission Ja, die Arena mit Kugelblitz könnte ich mir wirklich vorstellen Mist Ah, das könnte wirklich sein Da gäbe's jetzt den Hammer Da ist auf jeden Fall Kletterer auf einem Zug wieder Wir haben noch nicht einen Woddy gefunden Was ist los? Immer noch nicht einen Woddy Ich bin echt gespannt, wenn wir den ersten haben Ob ich schon welche verpasst habe Oh, okay, ich brauch den Hammer Nevermind, zurück, zurück, zurück Tut mir leid, liebe Slimiter Night Schwert Aber wir müssen leider uns verabschieden Man hört ihn ja auch schon genau Ist es der erste? Yes Tatsächlich Sensationell Okay Aha Ah, da ist der nächste Uh, eine Kapsel Sehr schön Aha Das war blöd Okay Wo ist der letzte Knopf? Ah, hier dran Ach, Mensch, jetzt genau Oh, warte, geht's da weiter? Oder wie, oder was? Ne, hier geht's doch weiter Okay Das wirkt so, als würde es hier weitergehen Aber Ah, ja, okay Es ist so ein Bonus-Ding Ich bin schon gewundert Ach, scheiß, Dreck Wir brauchen dringend mehr Energie So, einer noch Ach, lol Ja, Herrschaftszeiten Yay, da gibt's Energie Perfekt Sehr schön Okay Ah, okay Und hier komme ich leichter zurück Prima Sehr schön Sehr freundlich Nintendo denkt einmal mit So Und dann gehen wir jetzt hier weiter Mehr Energie Und hier geht's nach hinten weiter Geheime Wege gefunden Juhu Oh Da gibt's ein Lolli Okay Na, dann gehen wir mal ab Ne Runde Aha Nummer 3 Sehr schön Fehlt ja nur noch einer Okay Jetzt ist das Ding auch vorbei Boah Ich wollte schon sagen Wenn ich mich da Zerquetschen lasse Gibt's bestimmt massig Schaden Aber mit so viel Schaden Habe ich auch nicht gerechnet Eieieiei So, aber hier kann ich hoch Das seh ich doch von hier Äh, das ist nicht gut Das ist nicht gut Okay Puh Ja, da oben ist was Sag mal, Kollege So Was werde ich denn? Da werde ich zum Lautsprecher What? Okay Ach, einfach Ist einfach das Hütchen Okay, ist einfach ein Hütchen Ah, ja Da haben wir doch schon wieder was gefunden Ne Kapsel Okay, es sind mehrere solche Oh, Bruder Mach dich weg Yay Nummer vier Sehr gut Okay, was fehlt noch? Eine Mission, die ich noch nicht kenne Fehlt noch Okay Wir versuchen mal hier oben drauf zu bleiben Da ist die Mission Optimal Optimal Wir haben alles Oh Wir wollen ins Eis rein Wir haben alles gefunden, was wir wollten Sehr schön Das ist doch wunderbar Rauf Steine zu werfen Oh, das habe ich nicht gesehen Sag mal Kollege So Sehr schön Damit haben wir auch dieses Level perfekt abgeschlossen Alles gemacht, was wir tun können und wollten Nice Außer es gibt eine versteckte Rolle, die ich jetzt nicht mitbekommen habe Na, das kann natürlich sein Aber das werden wir dann erfahren Ich werde jetzt nicht nach jedem einzelnen Loch in der Wand gucken Gesuchtposter Okay Frostbödenmeer Ja, wenn jetzt sich hier kein neuer Stern auftut Dann werden wir auch gleich das nächste Level angehen, würde ich sagen So viel dazu So viel dazu Dann gehen wir doch erstmal da rein Fahrt der Zäune Okay Nein, der ist weg Ah, da hätte ich rüber Ah, okay, da hätte ich Das war Das war komplett dämlich Ja, okay Easy Nicht schwierig, aber Zeit habe ich nicht geschafft Da müssen wir noch ein bisschen reingehen in die Zeit Da müssen wir noch ein bisschen reingehen Aber wenn wir noch eine Peter haben wir also einen Bad Da Ah, mein Gott, was tue ich? Schnell! Rüber! Nein! Ah, scheiße! Okay, den muss ich erwischen. Wenn ich den nicht erwische, ist alles vorbei. Auf den kommt's an. Ah, ich hasse alles. Na, geh doch rein da, Kollege. Okay, und jetzt rüber. Und rein. Mann, Kirby, schweb halt net noch. So, Lupa. Es kann auch net sein, ich war doch direkt drangestanden. Das ist, aha, das nervt mich schon wieder, weil das schon wieder was ist, wo man eigentlich richtig macht, aber das Spiel meint, man macht's nicht. Na, bitte. Was war jetzt daran zu schwer? Sehr gut. Oh nein, oh nein, ich schaff's nicht. Nein! Oh mein Gott. Vier Millisekunden. Willst du mich foppen? Also fünf in dem, ja. Ey, boah, ich dachte, ich schaff's nicht, aber das war auch super knapp. Ah, das mit dem, das mit dem, mit der Plattform war blöd. Kein Fan. Edler Entdecker, Schatz. So, okay, jetzt müssen wir ordentlich schießen. Ei, ei, ei. Jetzt müssen wir ordentlich schießen. Ich bin gespannt. Oh je. 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 Äh, warum ist der denn jetzt da? Ah, da kommt noch was. Hups, ich dachte, das war's. Oh je. Okay. Okay. Okay, jetzt aber. Was für eine Zeit brauche ich? Ich habe 1,30 geschafft. Was brauche ich? Sick. Perfekt. Ja, super. Ja, super. So, gefällt mir das. Ist hier noch irgendwas Verstecktes, was wir noch nicht mitgenommen haben? Hier wird noch was auftauchen, ziemlich sicher. Ah, hier, gucke mal. Ah, den haben wir noch nicht selber gefunden. Na, dann machen wir den doch schnell mit. Dann nehmen wir den doch schnell mit. Me... Der war noch nicht da, weil's Meta Knight Schwertschatz ist. Oh. Darf ich jetzt wieder schnetzeln? Und metzeln? Ja, aber ich darf kämpfen. Let's go. Alles niedermetzeln. Und ich glaube, ganz wichtig, nicht sich treffen lassen, damit wir die ganze Zeit den Mondschuss haben. Imagine einfach, du machst... Scheiße, okay. Imagine einfach, du machst als Spieler das Kolosseum später und bekommst dieses Schwert eine Zeit lang nicht. Das wäre ja voll der Verlust. Oh, shit. Schade. Okay, die Hasen haben mich leider etwas überrascht. Jo, aber das ist voll cool. Einfach alles niedermetzeln. Und zum Schluss kommt wahrscheinlich der Schwerttyp wieder. Natürlich. Komm, mach dich weg. Nein. So. Aber ich glaube, ich hab's nicht... Ich hab's nicht geschafft. Ich glaube, ich muss 30 schaffen. Ich muss 130 schaffen. Ja, scheiße. Ich muss einst 30 schaffen. Ja. Okay. Aber ist schön. Einfach reinmetzeln. Sehr schöner Stern. Äh, Stern ist ja schon Schatzstraße. Ich glaube, ich stecke mich einfach in so eine Ecke. Oh, shit. Okay, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Na, jetzt hab ich jetzt schon den Schaden genommen. Ne, komm, dann starten wir nochmal neu. Ich will ja versuchen, den Mondschuss möglichst lange zu behalten. In welcher Ecke bin ich denn dann sicher? Die war's ja schon mal nicht. Nein, was? Nein, was? Du Hund. Frech. Trifft er mich einfach. Ja, dann kommt die Hasen. Nice. So muss das sein. Okay, Energie ist jetzt nicht ganz so geil, zugegeben. Also wenn ich nicht aufpasse, wird es knapp. Aber 35 Sekunden... Oh mein Gott! Renn! Renn, Kirby! Renn! Yes! Yes! Ich hätte es nicht gedacht. Nice. Nice. Hätte ich nicht erwartet. Bin ich ganz ehrlich. Hätte ich nicht erwartet, dass wir den auch mitnehmen. Sehr schön. Entschuldigung. Okay. Ich glaube, ob man noch mehr versteckt ist, gibt es jetzt nicht, weil... Ich wüsste nicht, wo. Vor allem, was kommt jetzt noch? Hier ist noch ein Level. Dann die Brücke da wahrscheinlich. Und dann sind wir schon beim Boss. Und ich bin wirklich gespannt, weil es geht danach nicht weiter. So, wir sind danach dann einmal rum. Das muss man sich immer wieder kurz vor Augen halten. Wir sind danach dann einmal rum. Also irgendeine Art Final-Boss... Irgendwas muss hier sein. Ich bin sehr gespannt. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.